Am 21. März wurde die erste modernisierte Geburtenstation an der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt eröffnet. Für rund 500.000 Euro aus erwirtschafteten Eigenmitteln des Südstadtklinikums werden beide Geburtsstationen familienfreundlicher umgebaut und eine neue Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Wir sind ganz stolz aufs Südstadtklinikum, dass sie hier aus eigener Kraft die Entbindungsstation neu gestaltet haben. Das heißt, die Patientenzimmer sind neu, es gibt jetzt Familienzimmer. Das heißt, die Familien können vom Tag 1 an zusammen sein, sich an das neue gemeinsame Leben gewöhnen. Und das ist einfach alles sehr schön, sehr schick gestaltet. Ich glaube, alle werden sich hier sehr wohlfühlen. Ganze sechs extra Familienzimmer gibt es nun für die frischgebackenen Mamas, die die Zeit nach der Geburt mit den Liebsten verbringen möchten. Im Familienzimmer können sogar auf einem extra ausziehbaren Bett die Geschwister schlafen. Seit Oktober 2022 wurde gebaut, während des laufenden Betriebes. Natürlich anmutende Farbkompositionen sorgen für eine ruhige, entspannte Stimmung. Die Familie der Seepferdchen schwebt durch die Geburtsstation. In den schon bestehenden Bereichen gibt es viele neue Aufenthaltsoptionen. Bequem anmutende Loungen, Teebars, Stillzimmer. Gepolsterte Ensembles machen die Wohlfühlatmosphäre rund. Für die beauftragten Innenarchitekten war die neue Geburtenstation eine schöne Aufgabe. Und die Geburtsmedizin an sich als Fest der Familie zu gestalten und zu erbauen ist nicht sehr schwer, weil mit Leidenschaft verbunden und wir mit unserer Profession können wir das auch und deshalb ist es eigentlich nur positiv. Okay, was mussten Sie alles bedenken? Einiges, weil wir haben ja sehr viel auch in der Struktur des Hauses geöffnet. Das war ja auch die Aufgabe, zwei Schwestern-Dienstplätze zusammenzubringen und man sieht es glaube ich schon am Ergebnis, dass wir sehr viel auch baulich verändern mussten. Das war nicht ganz einfach, weil Themen wie Brandschutz und Statik natürlich eine große Rolle dabei spielen. Aber wir sind ganz froh, dass es gelungen ist. Neben den neuen Familienzimmern, die um die 20 Quadratmeter groß sind, gibt es auch weiterhin ein bis drei Bettzimmer für Frauen und ihre Babys. Neugeborenenzimmer bleiben auch erhalten, in denen die Babys zur Entlastung der Mütter von erfahrenem Personal betreut werden. Dass wir gesagt haben, wenn wir schon die Entbindungsstationen umbauen, dann müssen sie nachher ganz anders aussehen. Die müssen sehr, sehr modern sein. Sie müssen wirklich dem Zeitgeist entsprechen. Die müssen toll sein für junge oder ältere Eltern, die hier Kinder zur Welt gebracht haben und hier auch die Möglichkeit nutzen, sich zu entspannen nach der Geburt. Sich darauf vorzubereiten, auf die Häuslichkeit, sich zurückzulehnen, sich wohlzuführen. Und ich glaube, das haben wir mit den Familienzimmern, das haben wir mit den Coffee- und Tea-Bar dort geschaffen, mit den Loungen, mit den Rückzugsbereichen. Bei der zweiten Hälfte der Geburtenstation wird jetzt der Umbau begonnen. Im Sommer werden dann voraussichtlich alle Arbeiten abgeschlossen sein, damit frischgebackene Mamas, die im Schnitt etwa drei Tage auf der Entbindungsstation bleiben, einen schönen Aufenthalt im Südstadtklinikum Rostock haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017